Möme Freunde und herzlich willkommen zum Rückspiel der Wilkes-Burse-Quenton-Penguins gegen die Charlotte Checkers. Es muss jetzt einfach laufen hoffentlich. Tchö 0. Also und jetzt geht's los. Ich will die Revenge. Wenngleich mit einem dezimierten Kader. So, sehr schön dazwischen gegangen. Tronska mit der Chance. Schade. Uh, gefährlich. Ganz, ganz gefährlich. Oh, nicht David. Komm, da vorne geht S0. Gut aus dem Abseits raus. Nicht David. Schlumpf. Schade. Schade. Und Roggenbach. Ah, Blockbuka der Nata schon. Schade, schade. Es läuft nicht so gut gegen die Wilkes-Burse-Quenton-Penguins. Wir kommen nicht durch. Absolut no chance. So scheint das fast ein bisschen, Stevie the Beaver, ne? Also als NHL rauskam und die Gameplay-Updates noch nicht da waren, da war es richtig genial. Aber mit den Gameplay-Updates, whatever. Sehr geil Dungeon. Sehr geil. Langsam wieder in die Woche reinkommen, so muss das. Ja, natürlich. Wir kriegen diese Scheibe hier nicht vorbei. Gauthier. Seht ihr, Wilson ungecheckt, aber der Nächste ist gleich da. Das können auch nur die. So, sehen wir Arthur. Ja, ist klar. Wir kommen nicht raus. Wunderschönen guten Abend. Hobi. Achtung. Offizier Hobi, an Deck. Wir haben einen Schuss. Erstes Drittel ist gleich vorbei. Wir haben einen Schuss bislang aufs Tor abgegeben. Wir kommen einfach nicht raus. No chance. Absolut no chance. Soldat Stitch bildet sich zum Stream. Und der Nightbot kommt gleich noch. Soldat Nightbot ist jeder coolste. 2 zu 7. Und der Nightbot ist durch den Krebser in die Bloody Army gekommen. gibt mal ein Blackhawk-Ausrufezeichen. Danke. Klar, 2 zu 0. Logisch. Drecksspiel. Da kommt die Bedankung beim Nightbot. Da kommt die Bedankung beim Nightbot. Ja, wechselt natürlich aus. Das war's. Das war's. Das war's. Also das Spiel gegen die Penguins ist sowohl Nr. 1 als auch Nr. 2 nix zu holen. Und diese Checks, die sind so Mala-Fuck. Endlich kann ich auch mal was spenden. Hast du dir schon lange verdient. Timmy, viel, 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 viel. Vielen lieben Dank für den Support, danke für die Unterstützung und danke für 5 geile Euro. Und wie gesagt, es ist kein Muss. Einfach dabei sein, einfach Spaß haben trotzdem. Vielen, vielen lieben Dank von meiner Seite. Und jetzt allemal Hashtag Happy Birthday, bitte, hat er ja Geburtstag, der Timmy. Dankeschön an der Stelle nochmal. Und wieder nix. Wieder nix. Servus, Eulers Fan. Guck, orange Tafeln gefährlich. Gut geschrieben, Blackhawk. Sehr, sehr gut geschrieben. Tor! Da ist es! Jawoll, der ist für dich, Timmy! Da ist das 1 zu 2. Schöpferb! Danke fürs Zuschauen, hau rein! Happy Schlüpfday! Hehehe! Hehehe! Also, da ist das Tor für Fora, der eigentlich nur im Backup da mit reinkommt. Und da ist das 1 zu 2. Endlich! Und das ist immer befreiend. Die Seele, die kann man jetzt baubeln lassen. Und trotzdem, 5 zu 12 von den Schüssen her. Das ist schon krass. Das ist schon richtig, richtig krass. Und jetzt komm, jetzt machen wir den Ausgleich gegen die verdammt verkackten Pinguine. Oder? Muss doch drin sein. Jawoll! Nice Hit! So, jetzt aber. Yes, Mann! S0 mit dem 2 zu 2! Yes! Hahaha! Und das nenne ich Effektivität! Wuhu! Nice! 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 Sau geil! Da kommt der Ausgleich! Letzte Woche kam er Golden Knights. Nice, David Bieber! Vielen Dank, lieber Timmy! Und da ist der MoFo-Ausgleich! Und jetzt zünde ich die Typen da weg. Ohne Scheiß. Jetzt bin ich wieder in Rage Mode. Und jetzt kloppen wir sie weg. Jetzt kloppen wir die Vögel weg. Jetzt haben wir Wup Wup. Ja! Boah, schade Da war doch schon die nächste Möglichkeit Zum 3 zu 2 Danke, Jakari So, jetzt aber, komm Und da ist Fora Silvus, hape Wolf, wunderschönen guten Abend Bei uns alles fit Hoffen wir die auch Oh, Tonska kommt nicht mehr dran Schade, schade Oh, das bleibt beim 2 zu 2 Come on Die bleiben nur für einen Monat, Eulers Fan Ist das schon vorbei? Oh, da geht er gut durch, Achtung, sehr schöner Block Und jetzt, komm, Schlumpf Jetzt haben wir die Schoße Durch Tonska Eieieieiei Mann Der Sub, Jakari, der bleibt nur einen Monat Der verschwindet dann wieder Wenn man den nicht erneuert Schade, Mensch Jetzt haben wir doch die richtige Zeit erwischt Schlechten Leuten geht's immer gut Geile, geile Geschichte Happy Wolf Vorsicht Sehr schön Von Tonska, auf geht's Jetzt Block Buka Schade, komm mal nicht dran Bin ein alter Mann Das mit dem Gedächtnis ist so eine Sache Ja, das kenne ich zu gut Neuneinhalb Minuten noch Auf geht's Oh, 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 oh Jawohl Nice dem Artor Oh, schade Eulers Fan, danke für die Live-Übertragung Sehr schöner Block Wichtiges Ding Oh, Leute Wir müssen ein bisschen Gas geben Werden gerade wieder so etwas Aus dem Spielfluss rausgenommen Ja, fünf Leute Des Gegners kommen Aber die eigenen kommen nicht Habe ich keinen, Nils Oh, schade Halt, hau ab Oh, Mann Ich würde gerade aufs Phrasenschwein drücken Ich kann aber nicht Müssen uns jetzt ein bisschen konzentrieren Ach, schade Oh, die Riesenmöglichkeit Die Riesenmöglichkeit Die Riesenmöglichkeit Ansonsten weiß ich nicht Ansonsten weiß ich Jetzt aber, komm Es, Mann S0 4,8 Sekunden vor Schluss Das 3 zu 2 Yeah Jawohl, Mann Alter, und da haben wir es echt noch gepackt Ich glaube es nicht Ich glaube es nicht Ich glaube es nicht Sau geiler Schuss Sau geiles Tor Stimmt Und Dungeon hat im Frühjahr noch drei neue Hühner bekommen War ein richtig geiles Geburtstagsgeschenk Und das ist der Sieg Für die Charla Checkers Yes, Mann Und der war wirklich erkämpft Dieser Sieg war wirklich erkämpft Aus einem 0 zu 2 Machen wir am Ende ein 3 zu 2 Und gewinnen 4,8 Sekunden vor Schluss Older for older Der war nice Nächstes Spiel gegen die Columbus Blue Jackets Oh Aber erstmal müssen wir die Folge natürlich beenden Und wir beenden diese auf Platz 1 Vor den Springfield Thunderbirds Die Will Spurs, Grattan Penguins Auf die 3 abgerutscht Dann Lay Valley auf der 4 Hinter Hartford, Hershey, Bridgeport und Providence Will es euch gefallen hat, Freunde Lasst mir ein Like da Und tatsächlich danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Euer Bloody LP